Willkommen beim Kanal von Gamma Team Duell. Es ist soweit das allererste Let's Play Video Nummer 1 von dem lang ersehnten Kingdom Hearts Teil 3 um die Abenteuer von Sora, Goofy und von Donald. Ja, die allerersten Videosequenzen war so ein Rückblick, was die letzten Jahre oder die letzten Spiele passiert ist. Das kann ich euch leider nicht zeigen, da die Videosequenzen seitens Disney und von Square Enix geblockt worden sind. Von daher ist es jetzt quasi die Neueinführung bei Beginn eines neuen Spiels und ich werde gleich kurz einmal verstummen, damit ihr dann wenigstens die Kommentare hört zwischen den beiden Personen, die ihr gleich im Gebäude sehen werdet. Und danach müsst ihr wie gewohnt meine Stimme ertragen. Und es startet. Genau jetzt. Ja, das ist das, was die Kieblade-Wielders. Hast du gehört von der Kieblade-Ware? Huh? Natürlich habe ich. Long ago, Kieblade-Wielders waged a war über die Wunschung von Licht. Ja, die Master's favorite story. Ich wundere, was sie planen mit Kingdom Hearts zu tun haben, nachdem es zu sehen ist. Wer weiß, ich weiß nicht, warum jemand eine Kriege initiiert wird. Also, du kennst die Lost Masters? Wer? 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 Wer sind diejenigen, die von der Kieblade-Ware begonnen haben. Wer nicht gehört von dem. Wer hörte davon aus? Oder, wer sind diejenigen, die von der Kieblade-Ware begonnen haben. I'm not following you. You can drop the facade. Facade? On that land shall darkness prevail and light expire. A prospective Keyblade Master should know this. If you say so. The gazing eye sees the fate of the world. The future. It's already been written. Really? I'm not so sure about that. Besides, who's to say I can't change it? And maybe light will prevail. Pretty confident. But things aren't in your favor. Perhaps. But unlike darkness, there's more light than meets the eye. You might be surprised. Oh, I hope so. So, das war die Sequenz, von der ich sprach, wo ich still geblieben bin. Und jetzt geht's los mit unserem Abenteuer um den guten alten Sora. Da ist er auch schon im freien Fall. Ein paar altbekannte Gesichter. So, es gilt sieben Herzen zu retten. Dann machen wir das. Selbstverständlich. Ein Spiegel. Mit L können wir uns bewegen. Mit rechts können wir die Kamera ein bisschen zurecht drücken. Mit dem Kreis können wir springen. Und die Situationskommandos über der Kommandoleiste, wenn wir das Dreieck drücken, können wir einzelne Sachen untersuchen. Untersuchen wir mal den Spiegel als erstes. Und dann sind wir durchgegangen. Und der Spiegel ist weg. Und dann sind wir durchgegangen. Es geht ja jetzt darum, unseren Charakter erst mal zusammenzustellen für das Abenteuer. Das ist der gute alte Niki. Und wir gucken uns natürlich jede einzelne Auswahl an. Mit links angefangen. Wonach strebst du? Weisheit. Ein scharfer Geist, der dich in jeder Situation die Dinge klar sehen lässt. Ist dies, wonach du strebst? Nein. Denn wir wollen ja schließlich sehen, was die anderen noch hergeben. Vitalität. Ein robuster Körper, der dich in allen Gefahren trotzen lässt. Hört sich auch schon ganz nett an. Ist dies, wonach du strebst? Nein. Und Tor Nummer 3. Balance. Ein Körper und Geist, die ebenbürtig sind und das gleiche Potenzial haben. Ist dies, wonach du strebst? Ausgewogenheit, glaube ich, ist gar nicht verkehrt. Ich kann mir, glaube ich, nichts mit verkehrt machen. Oh, Bilder verschwinden. Unsere nächste Auswahl erscheint hier. Fingerschwur. So. Welche Macht suchst du? Auch da gucken wir von links bis nach rechts, was wir für Optionen überhaupt haben. Die Macht des Wächters. Güte und Hilfsbereitschaft. Ist dies die Macht, die du suchst? Nein. Den Krieger wählen. Die Macht des Kriegers. Unbeugsamer Mut. Ist dies die Macht, die du suchst? Nö. Guck mal, was das dritte ist. Die Macht des Magiers. Innere Stärke. Ist dies die Macht, die du suchst? Ja, die nehmen wir mal. Also, ausbalanciert sind wir von der Vitalität her. Und den Magier haben wir genommen. Ist das, wer du bist? Ja, haben wir gerade so entschieden. Damit haben wir so einen Charakter-Sower auch zusammengestellt. Wir haben so einen Charakter-Sower auch zusammengestellt. Wir haben so einen Charakter-Sower auch zusammengestellt. Und wir tauchen aus dem Wasser auf und sind in den Wolken. Wer kennt das nicht? Ja. Die herzlosen Kampfgrundlagen angreifen. Drücke X, während Angriff ausgewählt ist, um eine Attacke mit Soras Schlüsselschwert auszuführen. Wenn du dabei einen Treffer gelandet hast, kannst du die Taste weitere Male drücken, um eine Combo von Stand zu lassen. Am Ende der Combo wird Sorar einen mächtigen Abschlussangriff ausführen. Du blocken ausweichen, drücke Viereck, wenn du stillstehst und Sorar blockt gegenüber Angriff. Wenn du links beim Drücken von Viereck in eine Richtung neigst, stattdessen wird der Sorar in eine gewisse Richtung ausweichen. Okay. Gegner anvisieren. Wenn du dich Gegnern annäherst, nimm Sower automatisch den nächsten Gegner auf dem Bildschirm ins Visier. Drücke R1, Dauer für Sealed R2 wechseln. So. Besiege erstmal eine herzlose. Machen wir es mal schnell. Und nächstes Kommandos können wir sehen, wir haben auch nur den Angriff zur Verfügung. Das ist jetzt mal mit Fragezeichen versehen und entscheidet sich in einem weiteren Spielverlauf der Kluppe ein. Schon die erste große Kluppe hier. Besiege den riesigen Herzlosen. Mit der 1, 2 mal anvisiert, das heißt, ich könnte sehen, am blauen Kreis, der ist jetzt dauerhaft anvisiert, sodass ich nicht aus Versehen irgendjemand anderen angreife, denn ich möchte den großen, riesigen Herzlosen anvisieren. Mit Kreis können wir, wie gesagt, nochmal springen und mit X greifen wir dann eins mit an. Und dabei, das geht einfach gleich auch schon ein Drittel runter. Ach, ich schicke noch ein paar kleine, so eine Mini-Me ist hier los. Aber wir fassen uns erstmal auf den großen Bocken hier. Zweite Anzeige. Die kleinen lassen wir komplett was da auch. Der große ist so hochrätig. Erledigt. Zuge, wenn wir uns wehtun. Da muss ich mich weiter stören. So. Oben, rechts. Feuer, Wasser. Okay. Benötigst du weitere Führung? Nö, alles gut. Wir fangen erst mal an. Sollte dir was im Spiel nicht klar sein, kannst du im Titelbildschirm jederzeit Tutorials aufrufen. Ne, ist doch ganz nett. Fangen wir auch erst mal an. Bedienungsanleitung braucht man ja auch nicht. Wie im wahren Leben, oder? Man probiert sich erst mal durch. Und wenn es denn nicht geht, dann hilft es nichts. Es ist auch schon mal ein Lauf. Oh! Oh! Correct. But first, you must regain all the strength you have lost. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery. But it is absolutely vital you perfect one power. The power of waking, which you failed to master during your exam. Ah, das kriegen wir schon hin. Someone who lost his strength and found it again. A true hero, to whom you ought to pay a visit. Perhaps he can point you in the right direction. Hm. Hm. Alles klar. Hm. Alles klar. You can count on us to take care of Sora. Oh! Oh, das wird viel Spaß machen. Es ist nicht eine Freude. Let's go! Na, wie auf dem Bild, was wir gewählt haben, ne? Ihr könnt auf uns zählen. Mit Donald und Goofy an der Seite kann ja auch nichts schief gehen. Oh, ein super schickes Schiff. Awww. Wie müssen wir jetzt da kommen? Was? Ich dachte, wir wollen jetzt. Wir sehen uns, wie alle alten Hohenländer sind geschlossen. Wir haben jetzt noch einen Ort. Wir sehen uns, wie alle alten Hohenländer sind geschlossen. Nicht Mästern Yen und Sid gesagt haben, dass Sora die Gelegenheit der Gelegenheit, die ihr Herz gibt? Kommt, Sora! Woher? Woher? Ähm... Hi! Würdest du dich auf uns kommen? Gib mir einen Freude. Ich versuche es. Diese Dinge nehmen Zeit. Na. Na. Seitdem wir vorher schon waren, warum kannst du versuchen, unsere Freunde zu sehen, wie wir da sind. Hm. Krübel, krübel. Was ist denn jetzt? Nichts. Was hast du erwartet? Was hast du erwartet? Kann dein Herz sein sein dein Gelegenheit sein. Huh? Was ist das? Master Yen said always said that. Right before we went off on any of our real important adventures. Really? Ring a bell? Nein. 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 Vielleicht habe ich es nur erwähnt. Kann mein Herz sein mein Gelegenheit sein. Witzidee. Schlüsselsterte ausgeholt. Sind sehr dumm. Ein Tor. Boah. Alright. Olympus Kolosseum. Hier kommen wir. Ein Schmuckenschiff ab durch den Tunnel. Kingdom Hearts 2.9. Okay. Mal gucken. Ich freue mich schon auf die ganzen Disney Charaktere, die wir natürlich bei diesem Spiel auch alle kennenlernen werden. Mal gespannt, wie sie die nachher alle integriert haben. Das war ein bisschen gelangweilt aus dem Umgebung. Ein bisschen gelangweilt der Umgebung. Das ist ein bisschen gelangweilt. Oh, naja. seine Pläne für die Konkurrenz. Sie haben verloren. Die Stunde war noch nicht richtig. Aber jetzt wurden die Planeten aufgelistet und nichts könnte möglich sein. Eine Waffe der Schmerzen schlankt von ihrer celestialen Rang. Und ein und ein Hades freut die Titans von ihrer Prism. Einige von ihnen die gleichen Monstrositäten, die Sora und ihre Freunde haben bereits in den Spielen gewonnen. Mit den beiden die Titans und seiner Lange für die Vengeance gegen Zeus reinvigoriert. Hades begann seinen Angriff auf Olympus. Um... No fans there? Uh... Sama, du öffnest die Gange. Ich war ein bisschen weg. Sorry. Wir finden ihn. Aber wir müssen gehen. Auf die Montagne. Ja, hoch ist die übliche Richtung. Nun, es ist nicht so, dass du dein Kopf in den Klammern hast. Genau. Hinterlasst ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Video, wo wir uns auf die Reise rauf zum Berg machen. Bis dahin, euer Gamer Tim Drake.